willkommen mein name ist an die europäer mittel mario master und wir begrüßen zurück zuletzt ja ja was ist denn passiert wo sind wir gerade wir sind in der letzten welt und sie mal da was da ist natürlich ein casino ja warum sollten wir da reingehen genau das hat uns irgendwie in die situation gebracht wir haben noch irgendwas hier noch zu erledigen so ich glaube wir sollten mal reingehen wir haben nur in schwierigkeit noch mal geil sie mal einer an ihr habt es tatsächlich geschafft aber eure wegen habe ich eine wette verloren und deswegen lasse ich euch auch noch nicht zum boss zuerst spielen wir ein kleines spielchen okay ich liebe spiele dann wirst du dieses spiel ganz bestimmt nicht mögen gut du fragst dich bestimmt was müssen wir machen genau die zahl halbieren die ihr würfel hat das sind die 12 und 3 jedes mal wenn wir auf so ein feld kommen müssen wir gegen einen bus kämpfen ja ein boss ein mini bus wo es merk ich kann das wie eine wurst da kommt ja und dann kann ich nicht ausrechnen drückt hinaus gehört es war schon so ähnlich bei dem seyfeld passiert uns nichts versuche eine 2 zu würfeln wenn wir eine zweite zeige hätten wir ein herzzold bekommen warum man nicht den habe ich noch nicht besiegt ja was soll ich da machen es gibt immer eine freie stelle ich lasse mir nicht einfach sterben ja wie soll ich ein lachen ausweichen war unten links da kann ich nicht ich habe ihn hier ausgewichtete den gering vorsichtig naja wenn wir sterben müssen wir von vorne anfangen natürlich unser ganzes wurde ja natürlich ja ich weiß natürlich hier sind natürlich alle busse hier zu machen also zumindest dass wir sie gesehen haben wir können nichts gegen machen trotzdem das folge wusste ich mag ihn nicht wir sind würfel ja das könig würfel das ist eine leite sie überhaupt macht er nur hat ja diese minibusse haben auch immer nur eine und diese eine phase hier also sie haben keine zusatzphase naja naja die meines glätte da oben ja siehst du diese tassen da hast du gesehen die haben meine chips kaputt gemacht ja wollte ich gerade setzen ja so jetzt versuchte 13 würfeln wir haben keine zeit limitieren nein wir haben kein zeit limit also kann man theoretisch durchkommen ja 6 hp ja wir haben einen help ab zu bekommen also wir müssen trotzdem gegen was kämpfen ja wir müssen trotzdem gegen den boss kämpfen ich hatte mal keine theoretisch durchkommen ohne irgendwie das ist der domino stein und beginn naja wir sind streng so aus ich habe schaden gefressen das war es mir wert so 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 ich habe so ich habe domino stein ich gehe mit mir gestartet war jetzt noch weiter nicht sagen wir probleme zu spielen ja dann nicht so schwer was haben wir noch nicht gesehen der nächste post ist interessant das ist ein memory spiel hier wir können den ersten reifen weil wir hier ein paar aufgeteckt haben jetzt können wir ihn angreifen fliegt rückwärts das was wir gemacht dass die größte verspendung überhaupt ja ich kann mir nämlich wieder nicht angreifen nein sind zwei verschiedene jetzt ja und da wurde wird ja das ist doch ein bisschen kann man nur erledigen wenn wir alle dinge aufgedeckt haben ja das ist eigentlich nur memory spielt glaube ich ja haben wir nicht weg so wir machen sie jetzt ja ich bin tot musst du sterben hat sich selber eine ja das muss doch wehtun nur okay aber dann ein paar schatten ihr habt keine ahnung glaubt nicht ich bin schon gleich tot ich bin auch gleich tot start over start over weißt du was start over heißt ja dann müssen wir von vorne anfangen also bitte würde keine zwei ich soll das machen ja klar ich möchte dir keinen druck aussehen aber mach es äh entweder eins oder drei ne ja drei wäre am besten drei wäre am besten was machst du da naja cool das mein ding ist ja du hast ein schild weg hat sieht lenkt voll ab irgendwie die dinger die gehe nicht weg ich bin so schön ich bin so toll ich bin der würfel aus tirol das haben wir aber schon mal abgezogen anscheinend ja ein klein wenig ein klein wenig welchen muss haben wir noch nicht gesehen den ersten haben wir noch nicht gesehen die nummer eins so wir wollen wenigstens alle bosse zeigen ja da leiden ein beginn ja war war ganz angefangen auch gar nicht drei mal getroffen er ist es dauern nimmt das alkohol ich werde dafür sorgen dass du wieder gut schmeckst und ja welche wurde nicht getroffen ja das war 1 war gut damit ich erwarte in ein paar schaffen aber einfach jetzt kann ja nichts sagt es nicht werden getroffen das ist irgendwie das ist doch nicht einfach so sterben die haben unsere chips kaputt gemacht weil ich gerade setzen hast gesagt euro also hast du hast gesehen bro bro ich glaube meine tassen zu leben erwacht eine 3 ja ich lange genau in den starten oder gut du sollst du nicht deinen stand sofort einsetzen auch wenn du es möchtest das ist ein stand ich denke jetzt genau wie die stacheln da wird wir eigentlich doch besser irgendwie weniger herzen einzugehen wenn so oder so oft fragen dann machen wir mehr schaden ja auch mal eine 3 hatten wir den schon mal schneide boss hier nicht glaube uns fehlen noch insgesamt 3 er hat geschenkt zum schutzteil das würde ich aber nicht nix nutzen was ein pferd rennen illegal ist unter uns ja egal ist pferde wenn sowas muss bestraft werden getroffen hast du gesehen das hat sie gerade noch schaden kommt ne na gott sei dank soll ich nämlich tot ich habe nämlich nur ein herz ja und da wäre sie ja gar nicht mehr am leben ja welcher brauchen wie der tasse ja ohne zwei dann müssen wir noch eins mal machen dann haben wir glaube ich alle bosse gesehen da wer hat so eine gute idee im moment den habe ich noch nicht besiegt auch vielen dank in die fresse ja ja da wird es noch ein bisschen mehr herzen wenn ich auch gedacht weil man immer zurück zu karte ja ich will links haben du möchtest du möchtest was anderes haben genau ich habe gehört doch ein bisschen mehr wir werden so oder so oft fragen ja also ich komme noch die liste sonst wird noch ein boss hier und ich weiß auch genau mehr die nummer acht sind sie einsatzbereit normal schaden und wenig schaden die mosse sind schwieriger im zweispiele modus so wie ich das verstanden habe hat er heraus wusste ich nämlich nicht die ap der bosse sind verdoppelt also man ultimativen schweren modus spielen will dann kann man einfach einen zweiten controller irgendwie packen und direkt sterben lassen und dann alleine spielen wir müssen jetzt mal schaden machen habe ich auch auf screen irgendwie festgestellt dass wenn du wirst wenn ich sogar eine dicken gepackt muss man aber freck und danke nicht du sonst noch ja mein face vernichtet zwei meinungen ding aber kurz vor der drei habe ich gesehen in die fressen wo ist nicht wir separieren können doch die kürz partieren jetzt hat es nein gott ist da nicht so lange ich an den blöden dachten alleine gesessen habe sehr lange ja irgendwie war schlimmste irgendwie von allen der vogel war wäre schlimmer der frau war irgendwie viel einfacher von den vogel sehr viel schwieriger zu machen wie immer auch irgendwie einfach alleine keine ahnung ich hasse diese bühne sind so lange die massive probleme mit der ok ja genau das habe ich noch das ist noch nicht einfach so sterben oh gott das war mir vorbeigetragen da wird auch mehr jetzt noch gehabt gewanns dinge gibt uns dinge abgeben uns dinge haben beide voll aber ja wir wollen es trotzdem ja wobei ein sechstes haben ja oder ein siebtes die nummer 8 müssen wir jetzt in drei büffeln müssen wir das wir müssen jetzt zwei weil die nummer acht ist einer der leichtesten busse überhaupt was auch dann weißt du mal was der bus ist das jetzt sehen vor dem magische bildkuchen ja 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 das war's aber vielleicht kam ich ja nach dem post vielleicht aber glaube ich nicht wäre ja gut ja es ist ja trotzdem gestorben ja warum bist du gestorben wenn du nicht aufgepasst hast weil ich ihn zum ersten mal gesehen habe hallo da bin ich jetzt ja da ich muss es alleine machen und viel spaß und ja du machst jetzt nur den halben schaden weil als meine feuerkraft weg ist und da jetzt schaut so glaube ich nicht ja man kann aber nicht zweimal start-over haben du kannst du auch die dinger wohl schon war es drauf genau das ist natürlich nicht gut jetzt habe ich natürlich richtig schlechte karten ich glaube ich soll sollte einfach sterben ja niemals ich gebe niemals auf ich meine ich glaube ich glaube ich habe verhältst du wärst mal da hat er aber das ist ja eigentlich weniger schaden machen von dem habe ich herausgefunden habe ich habe vorher auch das wort eingesetzt ja ok jetzt habe ich den ersten da gemacht noch vier bosse übrig ich muss den typen ja bei denen werde ich gar nicht nicht schaffen ja ich komme langsam wieder frage ist jetzt wird hat herz oder willst du lieber sicherer sein und kann es hat jetzt ja wieder verlieren ja hier lieber aufs safe muss alles noch nicht nur ein zwölf auf eine 1 gewesen ich kann sagen das ist mit drei was hat da jetzt nicht ja 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 und so wir haben deswegen haben wir auch nur so gespielt ja genau wir haben nur mit den gespielt also halt als ob wir das ernst gemeint hätten ja was denkt ihr eigentlich von uns ne ja ja gut ok wir sehen uns beim nächsten mal wieder und dann geht es könig würfel an den würfel an den kragen ja an den würfel kragen hahaha dann bin ich heute lustig ja ja in diesem seite bis dann und ciao 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 And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread. And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their hands.